Englisch Abi 2019 und hier kommen meine besten 3 Last Minute Tipps, die du dir jetzt kurz noch, bevor es bei dir im Englisch Abi beginnt, anschauen kannst. Ich meine, ich habe selbst in meinen Abiturprüfungen vor 2 Jahren 1,0 geschrieben. Englisch war da mein kleines Ausrutscherfach, da hatte ich nur, in Anführungsstrichen, 12 Punkte. Und deswegen will ich euch unbedingt auch nochmal mitgeben, was ihr da auch beachten könnt. Was ich vielleicht schon sehr, sehr gut gemacht habe, was ihr aber auch noch besser machen könnt, um wirklich auch auf die 13, 14, 15 Punkte zu kommen, wie ich es in meinen anderen Abifächern auch geschafft habe. Und deswegen geht es jetzt nicht darum, was du allgemein, wie du dich aufs Englisch Abi vorbereitest. Dazu gibt es unendlich viele Videos schon auf diesem Kanal. Schau dir auch gerne diese noch an, falls du sie noch brauchst. Aber hier geht es wirklich nur darum, was du zu tun hast in den letzten 1, 2, 3 Tagen, wie du dich wirklich bestmöglich noch aufs Englisch Abi vorbereitest. Und dazu die allererste Sache ist, bitte schau dir nochmal ganz genau die ganzen Themen an. Ja, also quasi alles, was du inhaltlich als Stoff an Wissen mitnehmen kannst. Weil du hast vielleicht das Gefühl, dass du in den anderen Fächern, so in Geschichte, Bio und solchen Themen, dass du da den Stoff richtig gut können musst, weil der wird ja doch abgefragt. Und dass du es in Englisch nicht so wirklich brauchst, weil du musst ja eigentlich auch viel schreiben. Und das stimmt schon, nur dir wird dieses Schreiben so viel leichter fallen, wenn du dich in den Themen auch wirklich auskennst. Und ich gehe schwer davon aus, dass du das auch schon getan hast, dass du dich da schon auch gut eingelesen hast. Aber versuch wirklich nochmal so am drittletzten Tag, am vorletzten Tag wirklich nochmal alles einmal durchzugehen, um dann wirklich sagen zu können, okay, ich check das alles, ich habe das alles nochmal in meinem Gehirn parat und abgespeichert. Das ist super entscheidend. Weil was du dann bitte als zweites tust, ist, dass du eben zum Schreiben übergehst. Schreiben, ich hoffe für dich, dass du vielleicht auch schon in Bezug auf das Englisch Abi eben auch das Schreiben schon geübt hast. Wenn du das noch nicht getan hast, du hast noch ein bisschen Zeit zu deinem Englisch Abi, würde ich auf jeden Fall empfehlen, eben vielleicht eine Listening Comprehension zu machen, eine Mediation zu machen. Je nachdem, was eben in eurem Englisch Abi drankommt, dass du das wirklich auch geübt hast. Aber wenn es wirklich kurz vor knapp ist, ja, du hast bloß noch ein, zwei, drei Tage, dann kannst du vielleicht einmal noch knapp machen, aber in der Regel ist es dann vielleicht auch schon relativ spät und sehr gepresst. Und wenn du dich eben schon gut vorbereitet hast, dann mach bitte vor allem die folgende Sache. Lies dir sehr gute Compositions, Mediations und so weiter durch. Sehr gute englische Texte, vielleicht auch Musterlösungen, die dir zur Verfügung gestellt worden sind, die du im Internet findest oder die vielleicht auch in deinem Buch beschrieben sind. Schau wirklich, was schreiben da so die Besten, was ist so die Mustervorlage. Und dabei geht es ja nicht darum, dass du das dann wieder anfängst auszunehmen zu lernen, weil das bringt dir nichts, weil was im Englisch Abi drankommt, ist ja nicht das, was du irgendwo anders schon bisher finden kannst. Aber es geht darum, dass du die Art und Weise, wie man sich gut im Englischen ausdrückt, wie man es eben schön schreibt, wie man Satzanfänge sehr gut gestaltet, wie man Wortwiederholungen vermeidet und so weiter, dass du das unterbewusst aufnimmst. Ja, also versuch da nicht irgendwie, du kannst natürlich dir auch, ich sag mal, Satzanfänge 2, 3, 4, 5 ausländisch lernen, das macht definitiv Sinn, aber per se kannst du deinen sehr guten Schreibstil dir in dieser kurzen Zeit gar nicht mehr aneignen. Aber was du tun kannst, ist, du kannst ganz viel von anderen Leuten lesen, die einfach auf einem sehr hohen Niveau im Englischen schreiben und du wirst automatisch ganz unterbewusst das übernehmen und dann auch in deinem Englisch Abi verwenden. Und das geht auch noch auf diese kurze Zeit, weil wir Menschen lernen auf unterbewusste Art und Weise quasi sofort. Ja, deswegen bitte nutzt das unbedingt, unbedingt. Da hilft es dann zum Beispiel auch, wenn du vielleicht auch einen guten oder niveauvollen englischen Roman liest, sowas wie immer. Überall, wo quasi sich in hoher Art und Weise sich im Englischen ausgedrückt wird, kann dir unglaublich viel bringen und wirklich auch dein Sprachstil, der ja auch sehr stark im Englisch Abi bewertet wird, weil eben auch so viel geschrieben wird und eben das Wissen nur die halbe Miete in der Regel ist. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du dich da auch nochmal auf ein neues Level bringst. Und das bringt uns dann auch gleich schon zum dritten Punkt und zwar wirklich so in den letzten Tagen umgib dich komplett mit der englischen Sprache. Ich meine, du kennst sicher dieses Schau englische Serien an, das würde ich jetzt dir ehrlich gesagt nicht mehr empfehlen, außer du würdest die Serie sowieso anschauen, dann schau sie dir auch auf Englisch statt auf Deutsch an. Aber ich meine damit vor allem auch andere Dinge, ja. Lies englische Bücher, stell auf deinem Handy alles auf Englisch, hör nur noch englische Musik, wenn du manchmal auch gerne deutsche Musik hörst, lass das zumindest für die paar Tage und hör nur noch englische Musik. Mach dir eigene Notizen nur noch auf Englisch, versuch aktiv auf Englisch zu denken. All diese Dinge, das ist so wichtig, damit du wirklich im Abi da nicht das Gefühl hast, oh verdammt, das muss ich von Deutsch auf Englisch umdenken, sondern dass du eh die ganze Zeit schon im Englischen gelebt hast und es für dich vollkommen Normalität ist, wie so ein Fisch im Wasser. Ja, der Fisch im Wasser, der weiß nicht mehr, dass er von Wasser umgeben ist, weil er ist sein ganzes Leben im Wasser, ja, und deswegen ist es vollkommen normal für ihn. Und genau so solltest du es mit der englischen Sprache machen. Dass du gerade so in den letzten Tagen dich nochmal so viel mit der englischen Sprache umgibst, dass du förmlich drin schwimmst und es vollkommen Normal für dich ist, dass du dich auch so euckelst, dass wenn du vielleicht auch mit deinen Freunden, die jetzt auch Englisch-Abi haben, noch kommunizierst, schreibst, sprichst, wie auch immer, einig euch vielleicht darauf, dass ihr das jetzt nur noch auf Englisch macht, um wirklich drin zu sein, dass dann, wenn ihr eben auch im Englischen sehr viel ausformiert, das vollkommen Normal für euch sein wird. Wenn du jetzt noch auf die aller, 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 allerletzte, schnelle von uns, von mir als deinem Abiturcoach noch eine persönliche Unterstützung möchtest, dann geh ganz schnell auf den Link in der YouTube-Beschreibung, da findest du mein persönliches Coaching, da kannst du dich noch schnell bewerben. Wir werden euch bevorzugen mit unseren Anrufen. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir noch angerufen werden, weil es wahrscheinlich sehr, sehr viele sein werden. Aber wenn du es jetzt nutzt, stehen die Chancen zumindest relativ gut. Deswegen versuch das gerne und ich werde, oder mein Team wird eben versucht, dich noch zu erreichen, um auch dir noch individuell zu helfen. Deswegen gerne bewerben und ansonsten denk dran, viel, viel Erfolg. Ich glaube an euch, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.